Toll, dass du einschaltest. Ich habe letztlich ein super spannendes Interview über die Firma Orbex mir angeschaut. Das war ein Interview zwischen dem CEO Chris Lameur und Andrew Personson von dem Channel European Spaceflight.com. Und spannend fand ich dabei, Orbex will eine eigene Startplattform in Europa bauen. Da habe ich mir natürlich sofort die Frage gestellt, brauchen wir wirklich eine Startplattform? Oder vielleicht auch mehrere in Europa? Ich habe mir dafür die Hilfe bei einem Spezialisten gesucht, und zwar für New Space. Das wird Micha von Astrodrom sein und den werden wir im zweiten Teil zusammen mit dem Herrn Harzner ein bisschen beplauschen. Ja, aber jetzt erstmal, welche Startplätze haben wir denn eigentlich hier in Europa und geplant, vielleicht auch zukünftig? Ja, fangen wir doch einfach mal an. Wir haben hier auf der linken Seite El Arresilio. Wo haben wir es denn hin? Da haben wir es hingestellt. Das ist in Spanien. El Arresilio ist ein relativ alter Startplatz. Den gibt es schon relativ lange. Wird von der Inter verwaltet. Ist so im Rahmen des SIDA, das Centro de Experimentación del El Arresilio, verhaftet. Haben drei Launchpads, aber höhenmäßig sind die halt bis jetzt gerade mal bis zu 21 Kilometer gekommen. Kmh wäre auch nicht schlecht. Ja, dann schauen wir es als nächstes an. Das ist aktiv. Also alles, was grün ist, ist normalerweise aktiv. Das heißt eigentlich El Arresilio müsste auch nach oben. Nur wird es leider momentan, wie gesagt, nicht weiterentwickelt. Astrid Space. Ja, hier sind wir. Sounding Rocket. Die sind schon ein bisschen länger mit dabei. Die sind in Nordschweden allokiert. Die sind jetzt gerade dabei, ihre ersten Tests abzuschließen für den ersten Testflug. Also gebaut wurde das ganze Ding 1969, nee, 1964 schon. Aber am 13. Januar diesen Jahres ist das Ding schwedisch und öffentlich eröffnet worden. Und da waren auch einige Damen und Herren aus der Prominenz mit dabei. Das Ding soll später mal polare Orbits erreichen. Und wichtig ist, es soll für wiederverwendbare Raketen von ESA und der Ariane Group herhalten und damit natürlich uns weiterbringen in der Zukunft. Spaceport Cornwall. Habt ihr sicherlich auch schon gehört in letzter Zeit vielleicht sogar. Das ist nämlich der Startplatz in Schottland. Von dem aus Schottland, sage ich schon. Das stimmt natürlich gar nicht. In England. Es ist UK. Das ist ein Flughafen, der ausgebaut worden ist, und zwar der Cornwall Airport in Neurys Cray. Bitte, jeder, der weiß, wie es besser auszusprechen ist, ruft mich an. Ich gebe euch einen Kaffee aus und dann bringt ihr mir das einfach nochmal bei. Hier soll von Virgin Orbits die 747 starten und soll eben Launcher wollen. Entsprechend in die Luft bringen über der Nordsee. 2023 war der erste Startversuch. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Aber man kann ja üben, weil ihr wisst ja, it's rocket science. Da muss man was drauflegen. Ja, darunter haben wir den Prestwick Spaceport. Genau das gleiche, ebenfalls gleiches Ansinnen. Das Ding soll ein Heimatplatz für Virgin Orbit sein. Und die Cosmic Girl, das Ding ist am Glasgow Prestwick Airport. Kurz GPA genannt. Das Ding ist noch nicht fertig. Das ist in der Planung. Aktuell gibt es auch noch kein Datum, ab wann das wirklich dort losgehen könnte. Ja, dann gibt es natürlich auch Projekte, die scheitern. Ganz klamourös. Der Spaceport Sweden zum Beispiel. Hat man eine Menge von gehört. Beziehungsweise die haben schon einen Internetauftritt gehabt. Irgendwann ist das Ding allerdings ad acta gelegt worden. Sehr, sehr schade. Die Bilder waren nett. Kommen wir vielleicht im zweiten Teil nochmal drauf. Dann Spaceport 1 lassen wir mal weg. El Aracilio hatten wir vorhin schon mal angesprochen gehabt. Ah, ja, Andoja. Das ist, glaube ich, eines der interessantesten Teile, mit denen wir uns nachher beschäftigen werden, wenn wir soweit kommen. Ähm, Andoja selbst ist, äh, in Norwegen angesiedelt, angesiedelt. Aktuell besteht das Ding im Ausbau. Das Ding hat jetzt schon sechs Launchpads, von dem aus Höhenflüge und gerade so Aurea Borealis-Bilder werden da ganz toll untersucht und gemacht. Sollen aber, wie gesagt, drei dazu kommen, sodass eben in einen Polar- und Son-Synchron-Orbit in 700 Kilometern gestartet werden kann. Ist sehr spannend, Genaues, ähm, von den Datentypern habe ich noch nicht. Wahrscheinlich Ende 2023, Anfang 2024. Was haben wir hier noch? Die GOSA. Ja, super nett. Die German Offshore Spaceport Aliens. Ähm, die wollen einen ganz anderen Weg gehen. Und zwar, die haben gesagt, wir suchen uns ein Roll-on-Roll-off-Schiff und bauen darauf einfach kurzerhand eine Startplattform. Mit der geht's, äh, 460 Kilometer vor der Küste und zwar in der Nordsee ab nach oben. Auch da sollen verschiedene Bahninstallationen für Freude sorgen. Und, naja, das haben schon ein paar Leute dort angemeldet. Dazu kommen wir nachher nochmal im Detail. Sehr spannend. Dann haben wir, Entschuldigung, Orbex, der Space Hub, ähm, Shetland, nein, Sutherland, so hieß er früher, ähm, liegt auch in Schottland, ähm, ist starker oder wird ein interessanter Konkurrenz sein, ähm, haben eine Startplattform und Orbex, ich hab's vorhin da angesprochen, da gibt's eine Verbindung zwischen dem Raketenhersteller und der Launchplattform. Als letztes im Bunde, und da sind wir eigentlich auch schon durch, würde ich sagen, ähm, zack sofort, ähm, auch ein UK-Startplatz. Ähm, drei Startplattformen sind scheinbar aktuell geplant, zumindest zwei werden definitiv gebaut, dritte warten wir nochmal ab. 30 Startsonder im Jahr abgehen, 1,5 Tonnen Nutzlast soll jede Rakete tragen, können die von dort starten und natürlich auch wieder in den Polaren und Sonnensynchronen Orbit. Gut, das war das Ganze im Schnelldurchlauf, im zweiten Teil gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Frage ein, warum? Schön, wir haben ja da was, ja, da soll was entwickelt werden, aber brauchen wir das wirklich? Und dazu hab ich zwei Gäste, ich würd' aber sagen, bis dahin, wenn's euch hierher gefallen hat, hinterlasst da bitte ein Like und ein Subscribe, würde dem Channel tierisch helfen, ansonsten bleibt live dabei, weil wir plauschen, ansonsten erst in zwei Wochen wieder miteinander. Bis dann. Hm. Jetzt begin. Vielen Dank.